Hans-Jörg Butt ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorwart, der in seiner Karriere U.A. für den Hamburger SV, Bayern 04 Leverkusen und den FC Bayern München in der Bundesliga 387 Spiele bestritt und 26 Elfmeter Tore erzielte. Karriere Aus der Jugend des TSV großen Kneten hervorgegangen, wechselte Jörg Butt 1991 zum VfB Oldenburg. Für den er in der Saison 1994-95 in der Regionalliga Nord erstmals in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam und 33 von 34 Ligaspielen bestritt. Nach einer weiteren Saison, in der er alle 34 Ligaspiele bestritt und sogar vier Tore erzielte, erreichte er mit der Mannschaft als Regionalligameister den Aufstieg in die zweite Bundesliga. In der er am 4. August 1996 beim 1 zu 1 unentschieden im Heimspiel gegen den SV Meppen sein Debüt gab. Am 22. September unterlad der VfB Oldenburg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1 zu 4, das einzige Tor für den VfB erzielte Butt per Elfmeter. Zeitweise war Henning, Butts Bruder, zweiter Torwart beim VfB Oldenburg. 1997 wechselte er zum Hamburger SV in die Bundesliga. Er verdrängte dort Richard Goltz und blieb vier Jahre lang Stammtorhüter. Seinen Bundesliga-Einstand gab er am 3. August 1997 beim 2 zu 2 unentschieden im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Tor. Er zielte er am 12. September 1998 beim 1 zu 1 unentschieden im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg per Foul-Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 in der 39. Minute. Die sieben verwandelten Strafstöße in dieser Saison überbot er in der Folgesaison mit 9 und gehörte damit zu den drei erfolgreichsten Torschützen des Hamburger SV neben Roy Präger und Anthony Jeboa. Von 2001 bis 2007 stand er bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Vom 3. August 1997 bis 10. Februar 2007 verpasste Butts nur vier Ligaspiele. In der letzten Saison wurde er eben an diesem 10. Februar beim 2 zu 2 unentschieden im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 28. Spielminute des Feldes verwiesen. Für zwei Spiele gesperrt, erst durch Benedikt Fernandes und später durch René Adler ersetzt und von letzterem schließlich verdrängt. Daraufhin kündigte Butts seinen bis 30. Juni 2009 laufenden Vertrag am 30. April 2007 vorzeitig zum Ende der Saison. Trotz Angebote englischer und spanischer Vereine entschied sich Butts für den Champions-League-Qualifikationsteilnehmer Benfica Lissabon, der am 16. Juli 2007 den Wechsel bekannt gab. Sein erstes Spiel für Benfica Lissabon absolvierte er am 28. Oktober 2007 gegen Maritimo Funchal. Er konnte sich jedoch nicht gegen Quim, einen Reservetorhüter der portugiesischen Nationalmannschaft, durchsetzen. Butts Vertrag wurde im Einvernehmen mit dem Verein aufgelöst. FC Bayern München Butt kehrte ablösefrei nach Deutschland zurück. Wo ihn der FC Bayern München zur Saison 2008-09 als international erfahrenen Ersatztorwart engagierte. Unter Trainer Jürgen Klinsmann stieg Butt im April 2009 zum Stammtorhüter auf. Diese Position musste er zu Beginn der Saison 2009-Zehntel unter dem neuen Trainer Luis van Gaal zunächst an Michael Rensing abtreten. Bis er durch dessen Unsicherheiten ab dem 4. Spieltag wiederum zum Stammtorhüter aufstieg. Mit einem am 8. Dezember 2009 im letzten Gruppenspiel der Champions League beim 4-1-Auswärts-Sieg gegen Juventus Turin verwandelten Strafstoß ist Butt der erste Torhüter der Bayern, dem ein Tor in der regulären Spielzeit gelang. Butt holte mit den Bayern 2010 die K-Sekunden-Double und stand beim verlorenen Champions League-Endspiel im Mai 2010 im Tor. Butt verlängerte im Februar 2010 seinen Vertrag beim FC Bayern München um ein Jahr bis zum 30. Juni 2011. Anfang 2011 machte ihn van Gaal trotz ordentlicher Leistungen hinter Thomas Kraft zur Nummer 2 im Tor der Bayern. Nach der Entlassung von van Gaal beförderte Interimstrainer Andries Jonker Butt fünf Spieltage vor Ende der Saison wieder zur Nummer 1. Im Mai 2011 wurde Butts Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2012 verlängert. Nach der Verpflichtung von Manuel Neuer war Butt in der Saison 2011 zwölftel wieder die Nummer 2. Sein letztes Spiel bestritt er am 28. April 2012 beim 2-0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der heimischen Allianz Arena. Butt absolvierte drei Länderspiele für die A2-Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er am 6. Oktober 1999 in Moskau beim 1-zu-1 Unentschieden gegen die B-Auswahl Russlands. Es folgte das 4-zu-4 Unentschieden am 28. März 2000 in Offenbach gegen die A-Auswahl Russlands und der 2-zu-0-Sieg am 15. August 2000 in Marco D. E. Canaveses gegen die B-Auswahl Portugals. In der A-Nationalmannschaft debütierte Butt am 7. Juni 2000 beim Vorbereitungsspiel zur EM 2000 gegen Lichtenstein, als er beim 8-zu-2-Sieg zur zweiten Halbzeit für Jens Lehmann eingewechselt wurde. Beim Turnier gehörte er als dritter Torhüter zum Kader. Auch bei seinen folgenden Einsätzen bestritt er nur eine Halbzeit. Beim 4-zu-2-Sieg über die USA am 27. März 2002 wurde er für Frank Rost eingewechselt. Bei der WM im selben Jahr war er wiederum zweiter Ersatzmann und wurde mit der Mannschaft ohne Einsatz zweiter des Turniers. Zu seinem dritten Länderspieleinsatz kam er am 1. Juni 2003 beim 4-zu-1-Erfolg über Kanada mit Einwechslung zur zweiten Halbzeit abermals für Rost. Nachdem René Adler, der für die Nationalmannschaft als Nummer 1 zur WM 2010 nach Südafrika reisen sollte, sich kurz vor Saisonende 2019 verletzt und dem Bundestrainer Joachim Löw abgesagt hatte, wurde Butt am 6. Mai 2010 neben Manuel Neuer und Tim Wiese als einer von drei Torhütern für den WM-Kader nominiert. Am 10. Juli 2010 bestritt er beim 3-zu-2-Sieg gegen Uruguay im Spiel um Platz 3 sein einziges Länderspiel über 90 Minuten. Zudem war dieser sein letzter Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft. Erfolge Vereine Champions League Finalist 2002 mit Bayer Leverkusen 2010 2012 mit dem FC Bayern München Bundesliga Deutscher Meister Deutscher Vizemeister 2002 mit Bayer Leverkusen 2009 und 2012 mit dem FC Bayern München DFB Pokal Sieger Finalist 2002 mit Bayer Leverkusen 2012 mit dem FC Bayern München DFL's U-Pack-Up Sieger 2010 mit dem FC Bayern München Nationalmannschaft Weltmeisterschaft 3. 2010 Auszeichnungen Silbernes Lorbeerblatt Leistungen als Torwart Bud war sowohl beim Hamburger SV als auch bei Bayer 04 Leverkusen Elfmeterschütze und ist mit den 26 daraus resultierenden Toren treffsicher Star. Torwart der Bundesliga-Geschichte Dabei unterlief ihm 2004 allerdings ein Gegentreffer, weil er im Auswärtsspiel gegen Schalke 04 nach einem verwandelten Elfmeter nicht rechtzeitig ins Tor zurückheilte. Nicht nur für Hamburg und Leverkusen verwandelte Bud Strafstöße, sondern auch für den FC Bayern München. Für alle drei Bundesliga-Mannschaften traf er auf internationaler Ebene jeweils in Champions League-Begegnungen mit Juventus Turin. Bud ist nicht nur der einzige Torhüter, der in vier Spielklassen und in der Champions League Tore erzielte, sondern auch bis heute der einzige Torhüter, dem in zwei Bundesligaspielen jeweils zwei Tore gelangen. In den Säsos 1998-99 sowie 1999-2000 traf Bud jeweils gegen Franz Wohlfahrt, den damaligen Torhüter des VfB Stuttgart. In beiden Spielen erzielte Bud die Treffer zum 2 zu 0 und zum 3 zu 0. In der Saison 1999-2000 waren Bud, Roy Präger und Toni Jeboa mit jeweils neun Toren die erfolgreichsten Torschützen des Hamburger SV. Darüber hinaus galt er auch als guter Elfmeter-Torwart, der mit 14 abgewehrten Strafstößen Rang 5 aller Bundesliga-Torhüter einnimmt. Bud ist außerdem der einzige Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der zweimal eine Saison mit jeweils drei zweiten Plätzen, dem tragischen, sogenannten Vizetrippel, mit Platz 2 in Meisterschaft, Pokal und internationalem Wettbewerb, abschloss. Dieses Vizetrippel wurde seit Bestehen der Bundesliga nur 2002 von Bayer Leverkusen und 2012 von Bayern München verbucht. Wobei Bud als einziger jeweils dem Kader der jeweiligen Mannschaft angehörte. Wenn gleich in München nur noch als Ersatztorwart mit wenig Einsatzzeit. Darüber hinaus gehörte er in erstgenannter Saison auch dem Kader der A-Nationalmannschaft an, die schlussendlich einen weiteren zweiten Platz bei der WM 2002 belegte. Nach der Spielerkarriere zur Saison 2012-13 folgte er Werner Kern als Leiter des Jugendleistungszentrums beim FC Bayern München. Bud tat jedoch bereits Anfang August 2012 wieder von diesem Posten zurück. Seit 2013 arbeitet Bud im familieneigenen Verladesystem-Unternehmen, Bud-Verladerampen und Industrietore aus großen Kneten. Er ist für Vertrieb und Marketing im Vertriebsbüro Süd zuständig und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in München. Sonstiges Bud ist sozial engagiert und spielt U.A. bei diversen Benefizspielen im Tor oder als Feldspieler. So spielte er am 3. Juni 2012 in Hamburg als Mittelstürmer im Stadion Hohe Luft beim prominenten Spielkicken mit Herz für die Kinderherzstation des UKE. U.K.E.